So, hallo und herzlich willkommen zum Netztest. Ja, komm. Ich muss erst mal drücken hier. Ja, dann mach hin. Ich bin schon längst dabei. Okay, 3, 2, 1. Ich nehm schon längst auf, mach nix draus, aber mach's. Aha, ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen, bei einem neuen kleinen, ich glaub, ich hab das Gefühl, wir müssten ja auch noch mal neu starten, oder? Egal, komm mit. Ja, wir machen hier mal auf Wunsch von mehreren Leuten, ich nehm das andere Motorrad, von mehreren Leuten ein... ...ein Let's Play Battlefield 4. Ich kann zwar noch nicht versprechen, dass das regelmäßig rauskommt, aber ein paar Folgen werden wir auf jeden Fall noch machen. Wir sind auf jeden Fall Profi-Noops in diesem Spiel, wir haben keine Ahnung, was wir tun. Da kommt ein Panzer auf uns zu. Oh ja. Ich fahr hier mal woanders lang. Uhuhu! Da ist ein Panzer. Ja, ich seh's. Uhuhu! Oh, schön Jumping. Ich denke mal, mit Schiff kannst du beschleunigen. Da ist ein feindlicher Bomber eingesetzt, da ist eine Wand vor mir. Die hab ich elegant. Alter. Ich werd grad beschossen, ich werd beschossen. Ahahaha! Bist tot? Äh, ne, da hätt ich den Hubschrauber runtergegangen. Ah, ich werd schon wieder beschossen. Ich bin tot. Da, ein Fahrzeug kommt. Ich, ich guck jetzt mal, ob ich mal ein größeres Kaliber krieg. Vor allem, ich hab ja meine Klasse noch nicht ausgewählt. Also wie gesagt, erstmal herzlich willkommen hier bei Battlefield 4. Ihr seht schon, wir sind schon mitten im Gefecht drinnen. Äh, wir haben beide, das Spiel zwar schon seit ein paar Tagen, aber wir haben noch kein einziges Mal gespielt. Zumindest Multiplayer. Deswegen, ähm, da sind wir alles noch Level Null und hast nicht gesehen. Genau, wir haben noch keine Ahnung, was wir hier eigentlich tun. Spawn bei mir! Äh, ja, ich bin gerade... Das war ich nicht auf... Team Setup. Oh, Alter! Bei Don. Ihr seid mir da gerade... Beitreten. Ich konnte dich nicht auswählen, wo ich spawne. Oh, nee, das ist noch nicht wahr. Ich bin... Tot. Ja, 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 tot. Warte mal, was ist denn das hier? Na ja, gerade noch mal die Dinger... Ah, komm! Oder hockt da schon einer drin? Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt getroffen habe. Wo war ich denn? Ich war bei dir. Die Dinger konnte man noch mal besetzen und man konnte... Nee, geht hier nicht. Okay. Ich tue wieder bei US Spawn und versuche mal hinzukommen, weil leider war das... Ah, da ist er! Da ist er! Warte mal! Hi, servus! Servus! Guck mal, Panzer, Panzer, Panzer! Panzer? Ach, ich brauche was Flottes. Oh, da ist ein... Naja, ist ja gar nicht unser. Alter! Ähm, versuchen wir jetzt mal kurzerhanden... Ich höre mal auf die Karte. Ich muss mal kurz hier ausweichen. Ich werde hier gerade von einem Panzer beschossen. Ich muss da mal kurz ausweichen. Alter, hier geht's echt ab. Komm, wir gehen mal zur Zieh. Alter! Kombo. Alter! Komm, einsteigen. Falsche Taste gedrückt. Mann, ich will da bloß Waffe wechseln und nicht aussteigen hier. Ja, Fick. Entschuldigung für die, äh, Wortspiele. Ja, ja, weißt du, wenn ich Wortspiele? Ich fühl mich ge... Alter, hier geht's mal ab, ey. Ich meine, wer mich beobachtet, ich bin nicht paranoid, aber ich hätte gern mehr Übersicht. Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, äh, du nimmst ja auch auf, ne? Ja, ja. Das heißt, du bist, äh, auf deinem Channel dann auch zu sehen, ne? Das wird sich zeigen, wie die Aufnahme wird, weil vorhin hat sie ein bisschen sehr geruckelt. Aber ich weiß nicht, ob das am Abspielen lag oder am Aufnehmen. Wenn das annähernd sichtbares Zeug wird, dann wird man's wohl sehen. Ah, Dreckssack-Illniger. Wie weit hab ich den? Wie soll denn der Dreckspanzer, den ich die ganze beschossen hab, nix tun? Nein, von 100. So, ich... Alter, der, 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 der Brutzel, der ist doch kaputt. Juhu, da schießt was auf mich. So, ich komm mal... Jetzt will ich mal wissen, äh, warum kann ich nicht hier bei anderen Leuten spawnen? Ich glaub, das kann man nicht. Oh, das sieht... Brücke! Juhu! Juhu! Ich nehm jetzt den Panzer. Umgelegt! Au, fuck, wo komm der jetzt her? Hä? Alter, ihr seht ein Hauf Hubschrauber unterwegs, ey, das leckt mich am Arsch. Ich will erst mal sagen, ich hab meinen ersten gekillt. Ich noch nicht, ich wurde schon ein paar mal gekillt. Nein, ich hab jetzt ganz original einen umgelegt. Also, ich muss echt sagen, ich bin ja paar Minuten drinnen und es macht mir schon Spaß. Ja, mir auch. Was sind wir denn hier? Alter, hier steht ein ganzer Panzer! Ich hab auch einen, ich sitze in einen drinnen. Nee, das war ein gegnerlicher Panzer. Ich dachte mir, uh, vielleicht kann man sich ja was holen, aber... Alter! Ich möchte da hinten jeder rein. Jetzt häng ich hier auch noch fest. So, jetzt schauen wir erstmal kurz gezielt, wo wollen wir denn hin? Wir fahren nochmal zu... G. Wir fahren zum G-Punkt. Alter, wieso steige ich immer aus? Alter! Bist du parat? Ich bin, äh, ich bin nervös. Warum bist du nervös? Das ist nicht deine erste Aufnahme. Warte mal, oh, Fahrzeug getroffen, komm! Scheiße! Halt dich, wenn ich mal einen killen hier... Ja, irgendwie sieht mich jetzt an hier. Drecksack-ähnlicher Hubschrauber, oder wat? Also, ich weiß, nur Motorradfahren macht mir saumäßig Spaß, kann ich selbst schon sagen. Wenn ich jetzt... oh. Na ja, gar nicht so verkehrt. Ich muss... Oh, shit! Ich, ich versuche mal bei dir zu spawnen. Ich habe nämlich, glaube ich, ein bisschen rausgefunden. Man kann auch direkt Fahrzeuge ausbilden, indem man spawnt. Ich habe... Einen. Wenn es hinhaut, habe ich... M2-Slam, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe... Ich, ich tue mal da spawnen. In einem. Wo, 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 wo? Äh, ne, den will ich nicht. Hubschrauber. Aber da ist noch einer. Ich sitze in einem Hubschrauber. Wo bist du? Äh... Wo springst du aus dem Hubschrauber raus, Kollege? Weil ich zuteilen wollte. Egal. Alter, wieso kann man... Diese... Man konnte doch mal diese... diese Flaggeschütze, die immer noch bei der Base standen, nochmal benutzen. Ehhh... Aber wie kann ich ja nicht nur zuweilen? Da fliegen so viele Flieger rum da oben. Hätte ich schon ganz gerne mal. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier mal ein bisschen was reiß. Jetzt muss Kriech her. Alter, kannst du dich mal nicht so schnell drehen, Kollege? Meinst du mich? Ne, hier den... Ich muss mal schauen, dass ich mal ein bisschen hier... Äh... Versteckt. Ähm... Ich sehe Blut bei mir auf dem Bildschirm. Ich... Vermute, ich muss hier eh gleich raus. Entweder kann der Kollege hier was, oder ich... Ich... Ich sollte vielleicht noch einmal die Klasse wieder wechseln, oder so... Sonst wollen wir noch Klassiker, dass... Äh, äh, äh... Ja, ich hab' den Fall durch den Helikopter gerichtet. Er ist tot. Komm. Was war denn immer die Fallschirmspringen normalerweise? Äh... Leertaste. Dann würde ich sagen... Ab geht's! Wuhu! Alter, was sind denn hier die Panzer? Ey, der hat mich jetzt aber nicht gerade mit... Hat... äh, äh... Ja, er hat mich mit dem Panzer aus der Luft geholt. Das ist... Bisschen anders wie ein B3. Also, da hast du es nicht so schön getroffen. Ähm... Ich versuche jetzt nochmal als... Pionier... Ja, als Pionier versuche ich es jetzt mal, mein Glück. Und ich komme zu dir! Alter! Du, der kann... Der brennt grad die Sau, ne? Meiner? Denke ich. Ja? Ach, da hinten bist du, ja? Servus! Servus! So, da war ich... Ich bin nicht gefahren, ich wollte hier... Da hinten ist auf jeden Fall irgendwo einer... Oh, da ist einer! Wo? Komm! Ich hab' einen gekillter! Mein erster! Mein fünfter Tod! Ich habe dich aber gerade... Kann ich dich irgendwie wiederbeleben, ne? Äh, nö. Bist ja kein Sunny. Genau. Wo, der Panzer ist weg? Ja, das ist... Äh... Ich guck' gerade mal... Ich kann ja direkt bei einem Panzer spawnen... Den wollen wir nicht... Was ist das? Das... Motorrad... Panzer... Ich geh' mal in den Panzer! Du kannst bei mir wieder spawnen! Ich bin... Ne, ich bin jetzt in den Panzer... Ich will Fahrzeuge fahren! Conquest Flag Capture! Ich hab' jetzt noch keine Ahnung, was ich hier tue, wo ich was tue... Äh, ja die... Die... Alter! Jetzt flie... Scheiß Hubschrauber, die greifen mir schon an ja! Ja, du musst die... die... die Basen erobern! Capture der Flag halt! Ja, das ist mir schon klar, aber... Äh, äh, äh... Nach welcher Taktik oder ob's... Glaub's was mit einer Taktik gibt, weil... Äh... Kriech! Ja, so wirkt's... Guck mal aufs Ding, wir verlieren sowieso! Ich wurde von einem Panzer getroffen! Ja, ich wurde... Wieder mal von einem Panzer getroffen! Ich komme wieder zu dir! Versorgung... Was hat der eigentlich? Munitionspakete, Aufklärer, Sturmsoldat... Auf... Ich nehm' mal den... Ich... ich klicke zu mich einfach mal rein! Alter! Komm! Ah, ja! Noch gekillt vorher! Ja! Ich hat zwei Leute gekillt! Ja! Dann bin ich mit drauf gegangen! Hätte ich mal gewusst, wo der war! Ja, das war einer vorne mit... mit... mit einer Raketenwerfer! So, wo spawnst du? Ich spawn bei dir, aber erst... Ne, ich bin tot! Jetzt! Ah, shit! Okay! Wo bist du? Äh, erstmal noch genug nirgendwo! Ja, dann tut er mal einen... Platz raus, aber flott! Warte mal, Rob-Styling! Rob-Styling? Da kriegt die Hubschrauber, ne! Ne? Ne! Panzer? Wo? Ich nehm' Hock, kommen sie mir! Jetzt blick ich auch langsam durch, wenn man ja aussuchen kann, wo man spawnt! Ja! Ja, wir fahren mal da vorne mit dem anderen Panzer hinterher! Ja, wir tun mal so, als wüssten wir, was wir tun! Alter! Siehst du, dass wir... Alter, mal wieder abschossen wird! Siehst du den da vorne? Warte mal! Ich versuche halt mich... Ja, tu mal, ob du mit F äh, äh, andere Waffe auswählen kannst! Ne! Aber irgendwas... Fahrzeug getroffen! Bleib mal ein bissl... Bleib mal ein bissl... Ja, ach, ich versuche hier nur... Ich weiß noch nicht genau, wie wir dich vorhalten müssen, das ist ein bisschen mein Problem! Ja, ich versuche hier grad so ein Panzer oben auf den Berg zu erschießen! Du musst mir ein bisschen Info geben, von wo was kommen, weil da... Ja, ja, überall... Du, hier kommen sie von überall! Ich bin ja auch grad noch auf der Suche nach irgendeinem Ziel! Von vorne kommen auf jeden Fall Hubschrauber! Ja, da kannst du deine... Lassi, ich krieg schon ne Ecolate, wenn ich überhaupt was treffe! Oh, jetzt ist ein leer! Ja! Die läuft nur heiß nach ner Zeit! Da vor uns ist ein Panzer! Links! Ja, ja! Da ist da den Hügel hinter, ne? Ja! Ich versuche hier nur Punkt C einzunehmen! Ja, der Panzer kommt von der Flanke, pass auf! Der fährt nen Berg rauf! Alter, was hat uns jetzt angeschossen? Die sind da oben auf dem Berg, die Dinger! Ach, raus hier, raus hier, raus hier! Ja, draußen war ich aber ich hab noch ne... Ich hab ne zu spät gesehen! Ah, shit! Die ganze Basis ist voll, ey! Von Leuten! Ich weiß! Jetzt wär dieser M142 von vorhin cool! Spawn wir nochmal hinten oder wo machen wir's? Äh, was haben wir denn da? Da haben wir auf jeden Fall Fahrzeuge mäßig, ist nix frei! Wir könnten in den Hubschrauber rein! Aber wir spawnen ja auch gleich erst! Wollen wir mal zu A? Ne, doch, können wir! Oder zu D? Das ist mehr zentral! D! 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 Beitreten! Ich in D? Oh, jetzt hab ich aber ein dickes MG gefunden! Ich bin auch in D! Ich guck nur grad wo hier in D! Hier sind Betten, da lege ich mir jetzt rein! Alter, was geht? Ach! Bist du! Ähm! Alter! Hier ist Krieg! Ja, das ist ein ganzer... Das ist... Was ist denn das für ein Ding? Ein Panzer auf jeden Fall! Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht was ich hier aufs Spiel! Ich auch nicht! Ich war mir immer grad was das für eine Waffe war! Alter, aber ich hab einen Rakenwerfer gehabt hab ich grad... Auch da oben am Berg! Der Panzer hat mich abgeschossen! Nein, ein Panzer! Achso! Am Berg da oben! Na ich weiß nur die Waffe die ich jetzt grad hatte, hat tatsächlich irgendwie äh... Oh! Tja! Hui! Das war schon... Das war's! Interessant! Äh... Ja! Das waren... Die ersten... 13 Minuten in... Battlefield 4! Ja! Ja! So! Äh... Bleib mal auf dem Server oder? Ich würd sagen ja! Ich mein... Ja! Gucken wir mal wo wir Punkte mal haben! Wo wir sterben ist glaub ich wurscht! Schaff ich Level 1? Wie warst du das jetzt? Äh... Knapp davor! 2916 von 3000! Echt?! Ich hab nur... Wir haben nur 1500! Ja okay! Ich war einmal ganz kurz auf dem Multiplayer-Server! Einmal! Das hab ich ein paar Punkte gemacht! Das hab ich dann auch nicht gehabt! Weil ich steh nämlich jetzt sogar knapp vor dem wie ich grad seh! Ja! Du bist auf der 13, wenn ich auf der 16 bin! Auszeichnungen! Aufträge! Freischaltung! Fortschritt! Auszeichnung! Genau! Was haben wir hier? Auszeichnung! Conquest Flag Capture Ribbon! Sollte das bestimmt heißen! Geht denn neun Sekunden weiter ne? Jo jo! Fortschritt! Kampfbomber! Was hab ich denn überhaupt gehabt hier? Ich hab äh... Ich sollte mich erstmal für ne Waffe entscheiden! Äh... Für ne Klasse entscheiden! Äh... Das wirkt wahrscheinlich alles noch ein bisschen unkontrolliert! Was wir hier tun! Ja das ist grad noch ein bisschen eich äh... Tricky! Das war jetzt auch ne ziemlich weitläufige Map! Da wärs glaub ich auch mal interessant gewesen! Obwohl das war so weitläufig! Also ich... Vor allem alles Sand! Du bist ja eigentlich total leichtes Ziel! Also ich hatte voll Spaß mit dem... Mit dem Motorrad gehabt! Ja ich auch! So ich bin jetzt offenbar Chinese! Äh... CN! Äh... Was auch immer das ist! Ja wir hätten jetzt hier Hubschrauber! Zur Auswahl! Ich probier's jetzt als... Ach ich nehm ja einfach ganz stinknormal Versorgung! Du bist wo? Ähm... Spawn mal! Ich bin... Oder? Wir sind nicht im Team ne? Ich weiß aber ich komm zu dir! Warum sind wir nicht im Team? Äh... Ich komm zu dir! Weil wenn du das bist! Ja! Doch wir sind im Team! Ja! Da ist Motorrad! Ist noch irgendwas? Ne! Daneben ist noch ein Motorrad! Ja ja ich komm! So ich weiß! Da oben sind ja Hubschrauber! Genau! Ich nehme jetzt erst mal das erstbeste Ziel was ich auf der Karte gesehen hab und das ist... Wie? Fest! Fährst du eigentlich mit Außenansicht? Nö! Fahr' mal mit C-Außenansicht! Ja das ist ja ganz haumlos! Ja aber ist geil! Hey da hab' mich auch was angeschossen! So! Da kommt... Alter! Alter! Ich fahr' mal voll gegen solche Hückel! Alter Panzerfahrer! Alter! Gehörst du zu uns? Den Hubschrauber hab' ich glaub' ich grade endlich! Ich tu gar nicht nur Panzer reparieren! Äh! Ich bin zerstört worden! Aber den hat's wegen... den hat's wegen gekillt! Gut! Bin tot! Ich komm' zu dir! Wenn du noch lebst! Ja! Boah ich schwitz! Äh... Alter! Kaum sitz ich drinnen! Wo? Komm! Komm! Du brauchst nimmer viel! Ja! Ach hier ist mein Motorrad! Das hab' ich grad schon verloren! Alter! Ich steig' in den Panzer ein! Werd' sofort angriffen! Und ich kill' den auch noch! Baby! Jetzt reparier' ich das Ding erst mal! Reparieren bringt auch immer Schwimmpunkte! Auch wenn jetzt grad keiner drin hockt! Ja! 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 Ich komm' mal zu dir! Ja! Also ich weiß, dass ja Gegner sein müssen, weil die den Stützpunkt zurückholen! Ich weiß nur noch... Ich kenn' die Map quasi nicht! Ja, ich auch nicht! Also wir sind ja... Alter, hier geht's ab! Alter, nicht auf mich bitte! Ah shit, hab gehofft nicht, kann man den Hubschrauber runterholen. Gerholt. Also Panzer fahren hier eigentlich so genug rum, also unsere. Um auf dem Berg ist auf jeden Fall einer. Yeah, ausgeschaltet Fahrzeug. Ich glaube ich hab vorhin den Hubschrauber mal entleert. Zerstört. Ah, ich bin gut. Für alle die zuschauen und meinen ich bin gut, schreibt's in die Kommentare. Der Feind ist in unser Netzwerk eingedrungen. Alter, weißt du was ich hier sehe? Ne. Da ist so Brückendinger. Da drüber spring ich. Ja, da bin ich voll schon drüber. Das ist absolut geil. Mit dem Motorrad. Ja. Oh, ein Bagger. Den kann man nicht fahren. Ach du bist da hinten irgendwo, okay. Oh, warte, warte, warte. Du kannst mich da mal abholen. Ja, ja. Oh, ich war grad angegriffen. Warte mal. Ah shit, direkt zum Schrauber. Fuck. Du kannst mit so'n schweren Geschütze aber definitiv nicht hubschrauber, dass wir was erwischen. Du, ich hab grad was anderes gefunden. Was hast du? Die Waffe muss ich da mal antesten, weil ich, wenn ich da durchschaue. Du, das ist grad einem abgesprungen. Pass auf. Ja. Ah, ich fahr noch voll gegen das Ding. Oh, da kommt noch von der Seite. Ey, ich krieg ihn vorher. Tod. Ja. Nein, ich leb noch. Ich hab einen anderen getötet. Achso. Ne, das muss ich da mal noch. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, was ich jetzt genau tue. Bist denn du? Ich bin ja grad mit dem Panzer noch unterwegs. Ich kann zu dir kommen. Ich bin bei dir. Achso. Bist bei mir drin? Ja. Ich versuche grad ein bisschen Bewegung zu bleiben. Weil sobald du ein bisschen stehst, bist du echt gleich Ziel, ne? Ja. Achso. Ähm, ich hab auf jeden Fall ein bisschen was. Oh, da hinten ist Panzer. Ich glaube, meine Wache macht keinen Schaden. Ja, du hast mehr so, mehr so MG, äh, gegen Einheiten, als gegen Panzer. Aber wo müssen wir denn eigentlich hin? Äh, B. Wir fahren mal dahinter und unterstützen mal bei B. Oh, da ist grad ein anderer Panzer gespawnt, da müssen wir schauen, dass den keiner wegnimmt. So wie da. Da ist hinter dem Panzer, habe ich einen gesehen gehabt. Ich weiß, jetzt ist er glaube ich, den hat glaube ich jetzt von hinten einer erledigt. Achso, da hinten ist ein Panzer. Äh, raus. Kannst du reparieren? Äh. Warte mal, da ist ein anderer, der braucht Reparier, Reparatur. Alter, jetzt bleibt doch mal stehen hier. Ah! Ich hasse das. Die rufen nach, nach Hilfe zum Reparieren und dann fahren sie ab. Alter, was war denn? Bin auf jeden Fall tot. So, wie sieht's denn aus jetzt hier? Ähm, Don Fu, ich komme zu dir, ne? Ja, ich habe ja einen Panzer. Ich wurde angeschossen. Oh, ich habe einen Panzer. Kannst du ein Stückchen zurückfahren? Oh ne, wir haben das Ding schon. Wir haben den schon den Punkt. Ja, ich, ich war... Achso, ja, aber ich... Fährst du den Panzer? Ja! Geil! Gegner! Gegner! Stopp, stopp, stopp! Zurück, 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 zurück! Ah, Pfanne! Wir müssen an Team-Speak-Lag. Da sieht mich gerade einer voll vorbei. Alter, da... Panzer, fahr! Fahr, fahr, fahr weg, fahr weg! Fahr irgendwo hin! Ah! Das Ding braucht eine Weile. Und schrei mal nicht so in den Ding rein, du übersteuerst voll, ey. Leckung. Entschuldigung, ich werde versuchen zu verbessern. Ah! Ja, ich weiß nicht, ich brauche da immer, immer... Wo spornen wir denn? Sag mal was. Ich, äh... Im Heli? Ne. Ja. Bist du im Heli? Ne, hat er... Das komme ich auch nicht rein. Das ist ein anderer Heli. Bist du schon gesporned? Nein, aber wir könnten... Wir haben zwei Panzer zur Auswahl. Wo, wo, wo? Sag einen Punkt. Ja, in der Hauptbase. Ich nehme mal einen und, äh... Komm einfach zu mir. Auch scheiße ist... Bleib mal stehen. Ich geh in... Fick it, jetzt ist da... Da ist ein anderer. Ja. Ja, jetzt gehst du den anderen. Ich. Ja, wir müssen uns auch... Noch ein bisschen... Koordinieren. Genau. So. So, jetzt suchen wir uns nochmal einen Obfock. Wir fahren zu C, äh, zu C, äh, G. Das wird gerade versucht zurück zu erobern. Äh, wir können auch erstmal B nehmen, weil das ist direkt vor uns. Ne, wo sitzen wir? Das ist ja das, was ich meine. Das ist ja das, was ich meine. Okay, ja stimmt. Ne, ich war gerade auf der falschen Seite. Wir fahren im Prinzip aus dem ja hinterher. Aber wir fahren unten rum. So, schauen wir doch mal wo die Gegner sind. Ich geh mal bisschen Stoff. Ja, kanns ruhig machen. Gut. Dann müssen wir mal schauen. Nicht dass da jetzt... Das ist einer von uns. Der repariert. Dahinten ist ein Panzer. Shit. Das ist keiner. Geil. Voll über den Hügel hinweg. Den Panzer getroffen. Ist das geil. Geht's jetzt? Na jetzt war's. Alter. Warte, da ist noch ein Panzer. Du, ich würde nicht so lange hier rum stehen bleiben. Ja, das Problem ist auch bei dem Panzer, du kannst nicht einfach immer so bild durchschießen. Selbst das Nachladen dieser Munitionsmenge braucht man eine Weile. Ja, nie. Alter, bleib doch nicht da so stehen hier, ey. Alter. Pam. Ne, kein Unser. Was geht denn da ab? Ne. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Was ist auf Gott hier irgendwas zu sehen? Sag Bescheid, ne? Jupp. Wir können weiter. Ich fahr mal kurz hier hoch. Boah, steht denn hier oben ein Motorrad rum? Warte mal, bleib mal. Oh, Panzer vor uns unten. Warte, so kann ich den nicht markieren. Wir werden angegriffen. Graf, noch ein Panzer. Stopp. Weiter fahren. Warte mal, da hinten ist ein Panzer. Alter, bleib doch mal stehen da hinten. Ich will dich doch bloß töten. Ah. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Kannst du eigentlich... Ich kann reparieren, aber erst mal in Sicherheit sind. Ja, ich hab den zumindest noch mit angeschossen. So, ich steig mal kurz raus und reparieren. Ja, ich versuche so gut wie es geht zu... Spotting Rippen. Also, ich versuche so gut wie es geht zu... Zu... Hm. Der gehört zu uns. Ich hab irgendwie das Gefühl, man geht für's reparieren. Keine... Doch, 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 doch. Äh... Du da ist... Der fliegt... Der fährt weiter. Okay. Ich steig wieder ein. Ja. Der Panzer ist repariert. Ich muss mal schauen, dass ich ein bisschen anders fahre hier. Oh, da hinten der Hubschrauber. Wo? Sag mal, der ist jetzt ein bisschen nach unten. Ach. Hier drüben. Prinzip, äh, Prinzip vor uns. Pitting, Pitting. Komm her, mein guter. Bäm, bäm, bäm. Hätt mal stehen. Alter, ich kann ja da stehen bleiben. Nee, dann fahr weg. Das so ein bisschen Panzer fahren ist... Das macht Spaß hier. Da war grad noch ein Gegner, hab ich aber zu spät gesehen. Alter, der war auf... Oh, Panzer, der kommt direkt zu uns hoch. Ja, kannst du was liegen? Nee, wir sind hier oben nicht alleine. Zerstört, Baby. Und wir haben nur drei Prozent. Schnell reparieren. Alter Schwede. Das war knapp. Jetzt? Gegnerischen Panzer zerstört. Unser Panzer nur noch drei Prozent. Und ich repariere. Alles okay? Ja, ja, ich repariere. Oh, ich werd grad ein bisschen... ...beschossen hier. Warte. Auf die andere Seite gehen. Alter, krieg ich... Zumindest krieg ich einen Haupenpunkt für das operieren. Ja, ich... Alter, hast du den Jet jetzt gesehen? Nein. Alter, ich steig ein und seh den wirklich nur so ein Zentimeter über uns wegfliegen. Du, da ist Gegner. Ja. Oh, ist das geil. Erster Schuss gleich getroffen. Alter, was geht denn ab mit dem Jet? Wo ist denn der Jet? Der fliegt ständig über uns hinweg. Der geht ab wie Drecksau. Muss ich ihm auch mal ein bisschen... ...huch? Ähm... Jetzt wird's ja neblig. Ja, weil der Hubschrauber ja grad vorbei ist und der hat ein bisschen aufgewürfelt. Verbündete Bombe eingesetzt. Sieht's denn eigentlich aus? Ey, Alter. Da hinführen. Ja, da hinten ist ein He... Ne, halt. Wir führen nicht. Wir sind ja... So. Ich weiß, so richtig spannend ist das grad nicht. Ja, ich versuche den einen Typen da hinten abzuschießen. Mach hier den doch mal. Hatte ich schon. Ne, da ist gut. Ah, Fick. Komm, ah shit, das... Okay, ich brauche jetzt ne Weichen, bisschen nachladen kann. So, dieses auch kommt nix. Komm, verreck. Du, da hinten schießt ein Panzer langsam auf uns ein, ne? Obala, ich bin ausgestiegen, Entschuldigung. Ähh, bleibt noch mal stehen. Ist... Alter, das ist aber alles voll mit Panzern da hinten, ne? Vor allem wenn die so weit weg sind, die musst du mal erst mal treffen. Ja. Oh, was haben wir da hinten? Schade. Hübschrauber. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen vorab... Alter! Ich weiß nicht, was ist denn das für ein Zeichen? Eine Mine. Ach, okay. Drecksmine. Dann habe ich vorhin sogar mit dem Motorrad die Mine getroffen. Drecksmine ist das. Alter. Gut, ich hätte einen Jet. Äh. Ich, ich, naja, okay, nicht mehr. Wo steigst du ein? Weiß ich noch nicht. Ist eigentlich alles. CM? Base? Ja, das ist ein Panzer. Ich steige in den Panzer ein. Gut. So, fahren sie. Mal kurz auf die Map gucken. Ja, wir können einfach... Okay, das ist das nächste von uns, wird wieder versucht einzunehmen. Genau, ab zu G. Ich bin dein wohlvertrauter Gesprächspartner im Turm. Ja. Ja, genau. Ich sitze wieder. Alter! Skorps Killfahrzeug. Der war tot. Alter! Das warst du nicht allein. Der hat sich die Fallstrecke außen, würde ich sagen. Ja, das war Pech. Alter, ich sehe schon, das wird eins unserer Dauer-Let's-Plays hier, oder? Ich befürchte es, aber ich sehe gerade auf die Uhren, es ist eine halbe Stunde rum, ne? Ja, ich würde sagen, das macht Spaß. Ja, wir müssen... Ja gut, wenn ich sage mal, die Map, die spielen wir jetzt noch fertig. Genau. So, was ist da? Du schaust vorne, ich schaue mal mich in unserer Seite und hinten um, ne? Dahinter, der Basis hier, ist gleich ein Panzer. Alter, jetzt hat er da ein bisschen was abgekriegt. Wetterbum! Ist das das? Ist das einer von uns oder nicht? Was? Daher die? Oh, das ist nicht von... Naja, dahinter dem Stein ist ein Panzer. Wo? Den ich gerade zerstört habe. Alter! Wir werden von... Äh, von beiden Seiten kamen wir es jetzt. Jupp. Aber der hat uns böse getroffen, ey. Also, ich habe jetzt so viele Hilfskills, glaube ich, gekriegt, aber ich habe nichts richtiges... Okay, wir müssen so zusagen, wir haben ja noch absolut, äh, nix, ne? Also, das heißt, äh, wir haben ja noch keine Upgrades für Fahrzeuge oder sonstiges. Soll ich auch mal einen Pionier machen? Da kann ich vielleicht auch mal mit reparieren, wenn es ist. Äh, ja, kannst du machen. CN? Oder wo... Oder wollen wir mal Sniper machen? Ne. Jetzt noch nicht. Pionier. Ne, nächste Mission vielleicht. Oh, da ist wieder ein Panzer. Ich steig ein. Ich auch, hoffe ich. Und wo bin ich? Jupp. Ja, bei mir. Also, was heißt du jetzt für eine Klasse? Ne, warte mal, bin ich jetzt etwas Schneider? Ich bin Pionier. Ich habe eigentlich... Äh, das ist das Symbol an dem, am Ding selber. Ich glaube... Weil, bei mir ist ein Lenkrad als Fahrer. Achso. Ich will mir jetzt mal... Ich will mir mal eine schöne Position suchen. Ich darf mich nur nicht so weit voraus wagen. Da hinten ist ein Heli. Da ist nix. Der gehört zu uns. Wir versuchen mal da hinten, äh, E-Mits auch übernehmen. Lass mal kurz ein bisschen stehen. Du kannst, glaube ich, weiterfahren. Den habe ich vom Bura schreckt. Warte mal, ich muss hier mal... Da hinten sind auf jeden Fall ein Haufen Panzer. Wie gesagt, wir fahren jetzt zu E. Und versuchen, das jetzt zu übernehmen. Alter Verwalter. Ähm, du, wir sind... Ziel von... Stopp. Fahr mal zurück. Fahr mal hervor. Zurück. Weiter zurück. Weiter. Nee, ich glaube, der ist tot jetzt. Ja, wir werden gerade geschossen. Das hat er auch mit dem... Leben gebüßt, der Herr. Ich will nicht aussteigen. Ja, denn so viele Runde steigen gleich ein. Ja, warte. Ja, wenn ich das mache, ist es aber das Gleiche, ne? Ja, warte mal. Ich kann da aussteigen, warte mal. Aber wir, wir werden schon... Das sind schon 97, 98, 99. Ich finde, okay, voll. Oh, oh, scheiße, das war denn... Entschuldigung. Bis, bis... Was ist los? Bis tot? Nee, ich habe mich verdrückt. Ich habe eine... Wir sind noch repariert. Steig ein. Gut. Wir haben die Basis übernommen. Ja. Gut. Weiß ich nicht. Ammer, ammer. 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 Und repariert so gut es geht. Gut, das macht der auch. Du, geh raus aus dem Ding, das geht hoch. Der andere aber auch. Ne, scheiße, doch nicht. Ey, nein. Was? Fuck, ich hätte eine fast rumgekriegt. Bist du tot? Ja. Ich auch. Ich steige meine Hubschrauber ein, wir wissen, wie das ist. Gut, er gehört mir. Ja. Affirmative. So, jetzt ist es mal schau. Wir werden von irgendwas... Alter! Okay. Entschuldigung. Ich will nichts sagen, aber das machen wir nicht nochmal. Ne, wir nehmen Panzer. Das war jetzt nicht so der Polar. Das war der Burner, sag mal. Also hör mal, ich steige Panzer ein. Gut, Panzer. Ja, sehr schön, das können wir noch am besten. Bis jetzt, ja. Versuchen wir nochmal E. Ich mache hier erstmal Flaggabwehr. Ich versuche wieder zur E. Ja, versuch's mal. Ich versuche mal aber was anderes. Komm ich da hinten rum? Ich schau mal in den Himmel. Ich will nur hinten rum ein bisschen fahren. Du, da ist ein Panzer, der zieht gerade auf dich. Ich bin ausgestiegen und will dich reparieren im Zweifel, ne? Ja, ja. Oh, da oben ist mehr als nur ein Panzer. Ja, aber die treffen noch nicht so. Wenn du nur Skill hast, dann kannst du vielleicht was machen. Ähm, war das gerade der Panzer? Nein. Da oben ist mehr als nur einer. Gut, steig ein. Kommt denn das jetzt her? Was, die Rakete war ich? Okay. Gut, Entschuldigung. Uh. Stopp. So. Jetzt wäre ich aber fast überfahren worden. Ich habe mich leider verdrückt. Ich glaube, friendly fire, äh, friendly überfahren gibt's nicht. Panzer vor uns. Also, ne, links von dir. Oh, E ist übernommen, sehe ich gerade. Aber der Ultimate Guard F versucht zu übernehmen, da helfen wir mal mit. Ja. Warte, stopp. Da ist ein Gegner. Hinter dem Heli. Guck mal, der Panzer. Der ist jetzt im Panzer, schieß auf den Panzer. Ja, mach ich. Der ist ausgestiegen aus dem Panzer. Ja, Panzer ist das stört auf jeden Fall. Incoming, ne, ist das, genau. Hier ist auf jeden Fall der Dings zu übernehmen. Oh. Was war das? Geradeaus. Reparier du. Fahrzeug zerstört, Baby. So war das gemacht. Okay, Basis, der Punkt gehört uns. Genau, und dein Fahrzeug ist wieder perfekt. Perfekt. Ich stehe auf Platz 10. Wir fahren mal da rüber. Anscheinend ist genau entsprechend deiner Position, falls sich der Panzer war gemeinsam. Der gehört zu uns. Alter, hier geht aber irgendwas. Wenn wir da hinten rumfahren. Ja. Da ist nämlich ein Panzer drin, ne? Du, von da hinten schießen sie. Jetzt hat es mich erledigt. Ich kann dich nicht mehr reparieren. Ja, Fick. Ja, ich habe den zumindest zwei Schäden. Mich stört das, wenn ich dann getötet werde von denen, dass da die Gesundheit immer auf 100 steht von denen. Ich hätte schon interessiert, wie weit ich den runtergekriegt habe. Gar nicht. Ich habe den zweimal voll getroffen. Mal kurz auf die Stinks gucken. Was habe ich denn? Acht. Sagen wir mal. K.S. Kills, ne? Aber habe ich, habe ich fünf. Ja, du bist vor mir. Genau, fünf Kills. Leider nur, es ist so, steigen wir mal irgendwo ein. Bin drin. MeToo. Cool, jetzt fahren wir mal ein bisschen anders. Wir versuchen jetzt mal die Panzer da oben auf den Berg zu holen. Okay. Alter! Höchstöy! Alter, dann fahrst du dir, macht es nicht unbedingt einfacher. Wo ist denn alles da hin? Ach, der fällt runter? Ne, der Jet fällt schon runter. Okay. Über uns sind glaube ich irgendwelche Drohnen. Könnten aber hingehören. Wo ist denn der Heli hin? Da ist ein Jet. Warte mal. Jet warb. Was haben wir denn hier hinten alles? Haben wir da was im Sichtfeld? Da habe ich doch gerade was gesehen. Ach, da ist wieder der Motorradfahrer gerade vorbeigefahren. Ach, das ist ein Gegner, Richard? Ja, aber der ist jetzt außerhalb von allem. Jetzt komme ich da hoch. Nicht genug Schwung. Geht alles. Hey, die Position kennen wir doch irgendwoher. Ja, aber da waren vorhin noch ein paar andere Panzer. Jetzt haben halt andere auch mal gedacht, die räumen hier oben auf. Jetzt fahren wir mal dahinter. Ist das eine Art Lavi? Oh, da oben ist er. Ich weiß nicht, wie er muss ich noch vorhalten. Ich weiß nicht, wie er muss ich noch vorhalten. Wir brechen jetzt mal vor. Oh, nö. Da ist er unterstützt. Panzer, 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 Panzer links. Ja. Er fährt gleich durch. Wurscht. Der Jet schon wieder. Hast du schon wieder X-Ton zu zählen? Panzer im Ding drin. Bist du eigentlich beschädigt? Nein. Bin auf 100%. Panzer ist zerstört. Gegner? Ich glaube nicht. Gegner. Einer ist da. Einer ist da. Drückt die ganze Q zum übernommen. Gehört uns. Ja, der ist aber noch ein, glaube ich. Ja, ja. Aber trotzdem kann ich die ganze auf der Stelle stehen bleiben. In diesem Ordnung. Ich drücke auch schon die ganze Q zum übernehmen. Da ist er. Da ist er. Hinter dem Ding. Ja, der übernimmt schon. Warte mal, ihr fahrendes da rein. Halt auf, dass keine Minen hier liegen. Oh, shit. Alter, wo greift denn hier uns an? Gut. Einen habe ich auf jeden Fall. Wurde hier gekillt. Reparierst du? Ja. Gut. Dank stehen. Oh, fuck. Was? Graus hier. Oh, shit. So ein Tod. Da war wieder ein Panzer. Den habe ich aber nicht gesehen, ey. Dachte ich mir. Egal, aber wir kommen punktemäßig voran. Jo, wir sind jetzt bei 43 Minuten. Ja. Aber die US sind nur noch 58. Also, Eichland dauert es nicht mehr. Wo gehen wir hin? Da ist ein Panzer. Gehen wir mal zu... Was ist denn das? Ja, diese Runde finde ich nicht so. Da ist ein anderer Panzer. CBD. Das ist ein anderer. Schauen wir mal, wie der ist. Bin bei dir. Hockst du an irgendeinem Geschütz oder so? Da. Gut. Ich habe auch eins. Und wer fährt? Ich. Ja. Dude, ich glaube, das ist vielleicht bloß ein APC, ne? Also ein Transporter. Der hält nicht viel aus. Ich habe aber auch einen Panzerschütz drauf, ne? Warte mal. Ich gucke mal, was ist von... Es ist ein Transporter. So ein kleineres Amphibien. Ja, ja. Aber trotzdem mal gucken, wie er ist. Jetzt sind wir die ganze Zeit nur in einen Panzer gefahren. Wir fahren jetzt mal in die Base hier rein. Alter. Schon wieder Drecksmin. Ah. Das war abzusehen, glaube ich. Da vorne rennt er noch. Ja, ja. Zumindest sorgen wir dafür, dass wir verlieren. Ja. Alter, die US, die haben fast nichts mehr. Das muss doch gehen. Warte mal. Jetzt ist gerade kein Panzer. Oh, ich bin jetzt irgendwo beitreten heute. Das ist kein Panzer frei. Ich fahre jetzt gerade beim Wiesel mit. Beim Wiesel. Ich fahre jetzt mal, dann fahre ich mal einer mit. Ja, habe ich jetzt auch gerade versehentlich gemacht. Ich fahre jetzt mal irgendwo hin. Ich fahre beim The Hunter mit. Wir müssen dann wieder mal absprechen mit dem Sterben nachher, okay? Genau. Hoppala. Oh, fährst du jetzt hin? Ich. Also, Vogel-Gingos fahren irgendwie besser. Uah, das ist ein Panzer gewesen. Also, Gegner mit Panzer. Alter, das ist so unfair, wie sie stehen hier in einem Panzer vor mir. So, also ich werde jetzt soweit zum Moodle spawnen. Ja, ich bin hier noch in einem Panzer drin. Bin mit dir. Gut, du fährst. Ich fahre nicht. Du bist aber an Steuer. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr, okay. Soll ich aussteigen? Hier stehen zwei Motorräder. Wollen wir die nehmen? Mir wurscht. Gut. Ich bin ausgestiegen. Du nimmst das eine. Hier vorne steht noch eins. So, ab die Post. Richtung... ...Hat du vor. Ich will, ich will mal ein bisschen... Da ist ein Panzer. Juhu. Juhu. Alter. Wir haben gewonnen. Und da würde ich sagen... Wir waren doch, wir waren doch... Wir haben jetzt US. Wir waren in US. Echt? Ja, wir waren in China. Dann haben wir ja echt gewonnen. So, und ich würde sagen... Das war's für die Aufnahme, wird's reichen, oder? Genau, das reicht. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Kurz, kurz, vielleicht die Statistik anschauen. Damit... Ich wurde befördert, auf jeden Fall. Ich sehe keine... Ich auch, ja. Egal, wir müssen beenden. Egal, wir müssen beenden. Ciao, ciao. Tschüss.